Also meine Devise ist es im Advent, gerade in dieser hektischen Zeit, sich wirklich Zeit zu nehmen. Gerade im Advent. Und mit dir möchte ich, dass die Zeit überhaupt nicht vergeht. Das Uhrenmacherhandwerk ist ein altes Handwerk. Im Uhrenmuseum Schmollgruber kann man Eindrücke über die Dinge der Zeit erfahren. Herzlich Willkommen, drehen Sie ein. Friedrich Schmollgruber zeigt das Innenleben einer Armbanduhr von Schmollgruber. Also in der Weihnachtszeit gibt es auch eine gewisse Unruhe. Auch bei der Uhr wird der Rhythmus bestimmt von der Unruhe. Wie Sie hier sehen, sichtbar ein Tourbillon. Besonderheit, großes Kunstwerk. Der kleine Teil, die sogenannte Unruhe, bewirkt... Ja, die Uhr, die mechanische Uhr, es besteht eine gewisse Renaissance der mechanischen Uhr, weil es sind kleine technische Kunstwerke. Besteht aus dem Aufzugwerk, Räderwerk, Hemmung mit der Unruhe. Hochwertig, aber preisgünstig ist die Swatch. Small Swatch, Great Life bei Schmollgruber. Neben der Uhr darf der Schmuck nicht fehlen. Als Frauenbotschafterin der Schmuckbranche lade ich Sie mein Geschäft Enge 19 ein, zu gustieren. Vor allem auch die Männer. Machen Sie Ihre Frau glücklich mit einem Geschenk von unserem Geschäft. Weihnachten wäre doch die beste Gelegenheit. Besuchen Sie uns in unseren Geschäften Engegasse 19 und Grünmarkt 2. Das Handwerk des Uhrenmachermeisters kann man erlernen. Details direkt im Geschäft am Grünmarkt und in der Enge.